Jeden möchte am nächsten Tag mit der erhobenen Brust in der Stadt hier stehen und als Sieger hier stehen. Für uns ist es natürlich extrem wichtig, vor allem auch für mich. Mein erster Burby und ich möchte unbedingt das Spiel gewinnen. Es wird sicher ein sehr hartes Spiel sein, vor allem jetzt, nachdem GC zwei Jahre in der Challenge League ist. Jeder möchte natürlich zeigen, dass er wieder da ist und als Sieger möchte vorstehen. Auf die Südkurve natürlich. Ich bin jetzt seit diesem Jahr beim XCZ und alle Schwärme der Südkurve und ich durfte noch kein Spiel vor der Südkurve machen. Ich freue mich extrem auf das erste Spiel mit ihnen und natürlich dann feiern das Sieg mit ihnen zusammen.